hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin euer spiel auf die Acknacht im ticket das letzte in dieser woche und wir spielen das spiel hunkai impact das habe ich auch schon ein paar mal gespielt ja ich hoffe mal dass mein alter spielstand noch da ist aber es wird jetzt ein bisschen länger dauern das würde ich mal sagen bis gleich so hat die 100 prozent erreicht und es ist so weit Oder auch nicht. Ich warte nochmal. So. Das hat noch ein bisschen gedauert. Meine 10 Minuten sind auch schon fertig mit dem Spiel. Also eigentlich könnte ich jetzt schon wieder Schluss machen. Und das Spiel hochladen. Oder das Video hochladen. Aber ich wollte euch jetzt noch das Spiel nochmal zeigen. Ich habe es ja schon mal gezeigt gehabt. Ich hoffe dir an meinen alten Arbeitsstand. Mein alten Spielstand. Und ja. Das dauert jetzt hier nur ein paar Sekunden eigentlich. Ich bin dann gespannt was morgen kommt. Ob morgen auch wieder dieses Spiel kommt. Aber wenn das Spiel kommt. Morgen sind wir schon ziemlich weit. Wenn ich den alten Spielstand habe. Ansonsten. Ist das doof weil ich schon so weit war. Ja. Na ja. Schauen was morgen kommt. Neuer Tag. Neue Woche. Ich glaube das Auto noch ein bisschen länger. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Und ich habe Login. Facebook. Eingeloggt. Login. Nochmal. Willkommen zurück. Ich stimme zu. Okay. Sonst kann man nicht spielen. Es scheint so dass ich meinen alten Account habe. Hat ja auch letztens auch geklappt gehabt, ist ja jetzt das dritte Mal zur Spiellade. Ach stimmt, auf der Straße war er stehen geblieben. Oh ne, die habe ich noch gerade durchgespielt gehabt, ich war jetzt in so ein Gebäude drin gewesen mit Laserstrahlen. Es ist allerdings ein sehr großes Spiel, deswegen hat es damals auch hier runtergeschmissen, bei zu viel Platz eingebaut. So, das ist meine Brücke, jetzt schauen wir mal schnell durch, ob ich hier was Schönes kriege, Neuigkeiten. Alles nur Informationen, Info, Info. Das ist ja schon über einen Monat her, wo ich das gespielt habe. Da war ich noch online gewesen, 14. November. So, schon fast zwei Monate. Okay, einfordern, bestätigen, einfordern, bestätigen. Ich habe ein Ei. Und auch nochmal einfordern, bestätigen, einfordern, bestätigen, bestätigen und wegdrücken. Achtung auf die Plattform. 3, 2, 1. Ok. Egal wo ich drücke, oder? Ne, hier um geht es nicht mehr. Ok, bestätigen, einfordern, bestätigen. Zurück. Da ist Red. Erfolge, einfordern, 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 einfordern. Das ist alles. Jo. Ähm. Auf Zurück gehen. Was ist das hier? BP. Einfordern, bestätigen. Upgrade sind das. Ok. Einfordern, bestätigen. Einfordern, bestätigen. Einfordern, einfordern, bestätigen. Zweimal bestätigen. Ok. Diese Truhe öffnen. Belohnung, upgrade. Müsste ich kaufen. Einfordern, 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 bestätigen. So, da haben wir das jetzt auch fertig. Event. Mein Raum. Dekoraum. Dekoraum. Ach, für Weihnachtsdeko. Schon vorbei. Einfordern, bestätigen. Und hier haben wir noch nichts mehr. Erhalt. 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 Erstanding. Babylon. Dostative. einmal. Also das hier ist es. Was ist denn bei Bonus drinne? Bonus! Hippie! Hippie! Neu! Oh! Ein Video ansehen? Nein, das machen wir jetzt nicht. Freunde. Senzai Gruppe. Ich habe immer nur eine Quest gewesen, von wegen Freunde einladen. Es ist ja eigentlich so viele Freunde da. Damals gab es noch hier ein kleines Handy. Da ist es. Da kann man hier auch noch Sachen einsammeln und einfordern. Aber das habe ich ja gerade gesehen, war da oben auch. Und hier gibt es auch ein Spiel drauf. Manga, Datenbank, Anleitung, Twitter, Reddit, Facebook. Ja. Da gibt es meine Brows aus. Ja. 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 Aktuell L-Leveled Spy Ich habe noch nicht gekämpft, noch keine runde gemacht und sind schon zehn minuten vorbei. Achso, ich kann die ganze Zeit einstärmeln, geht aber nicht. Loll. Hab ich neun? Jippee, ne neun Charakter im Wohnzimmer. Ne, die ist noch nicht dran. Die braucht noch mehr Punkte. Geht aber noch nicht. Okay. Wie konnte man nochmal nachschauen? In das Wohnheim, wie das aussah. Jobs. Jobs. Das war weg. Okay. Das kann ich starten. Zack. Das kann ich auch starten. Der ging nicht. Okay. Ich glaube, das sind sowieso jetzt alle. A2, A2. Steht dabei. Ah, die neue muss noch da sein. Oder kann man mit ihr noch nicht arbeiten gehen? Na egal... Shops... shoppen... Da waren wir auch schon drin... Hmhmhm... Wie kann man da hin? Nein, auch nicht... Elf Stunden, elf Stunden... Gut... Was ist das dran? Das ist aber ein bisschen doof, wenn man schon lange nicht mehr gespielt hat. Dann musst du so viel Sachen machen, dass du eigentlich ja spielen kannst. YouTube Nachrichten weg. Okay, also the rest of the distribution. Ah, das ist das Stück. Brะ, das ist das Stück. Ratschern. Hm, keine Ahnung, wie das ging. Ich zeig euch jetzt eine Runde wie das geht, danach probiere ich noch mal weiter. Dazu mache ich ein Großbild rein, ah, das geht nicht. Okay, los geht's. Ach, wie war ich doch schon. Warum sind die so stark geworden? Okay. 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 Okay.